Von wie lange will er jetzt preparen? Äh, ne Minute. Ich schaffe ziemlich lange. Ja, das war nur auf ne Minute. Achso, ja, weil bei mir war es noch bei Null, deswegen... Jo-je-ha! Geh doch weg! Ach, fick dich. Kicks? Warum hast du die Tür zumacht, hä? Bist du, bist du, bist du Treter? Ah, mit Rechtsklick, okay. Ja, die haben ja noch ne Rechnung offen. Ey, bist du schon gekillt. Ich geh weg. Ja, ich geh weg. Ich geh scheißen, Leute. Geh mal weg, Paul. Hallo, scheißen. Geh mal weg, Paul, ich produziere Content. Warte, warte, stell dich an die Toilette. Stell dich an die Toilette. Stell dich da ran. Stell dich an das Häuschen her. Ja, ich hab's für die mit dem Fass. Stell dich an die Häuschen, ans Häuschen. Stell dich an das Häuschen, ans Häuschen, ans Häuschen. Ich produziere Content. Ich hab momentuell gefurzt. Lieb deine? Lieb deine? Ja, geh weg. Geh weg. Okay. Such gehabt den Weg irgendwo woanders hin. So. Ich hab ne Schuttgun. Ich hab ne Schuttgun. Ich hab ne Schuttgun. Genau hinter dir. Hilfe. Komm, komm. Der hat verfolgt. Piu, piu. Komm, komm. Dann kannst du hier knicken. Ab ins Haus. Also ich will ja nix sagen, ne. Aber ich geh nie wieder auf den Stixi-Klo. Guck der Mann! Ich hab da alles voll geschissen. Ja, schließ. Wir haben die hier. Wir haben die Call. Wir haben... Keks. Ich muss... Ich muss noch mal richtig fett... Keks hat man reingeworfen. Hä, was? Nein, nein, nein. Ich schwöre nicht. Au, 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 au. Wenn ich's tut... Ich hab nichts gemacht, Junge. Ja, du bist grad rausgelaufen und in dem Moment kommt diese scheiß Granate rein. Ich weiß nicht mal, wie man ne Granate schießt. Also ich würd's werfen. Schießen wär vielleicht ein bisschen... Naja. Ich schieße jetzt Granaten, Leute. Au, 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 au. Ja, au, 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 au. Ja, au, 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 au. Warum ist... Warum ist Patrick so leise? Der kann doch eigentlich keine fünf Sekunden, ohne dass er's Maul aufmacht. Äh, jemand ist tot. Patrick ist tot. Ja, cool. Äh, fehlt nicht noch einer? Deswegen... Sagt er nichts. Äh... Keks ist dort hinten. Ich weiß nicht, wo der Keks fällt jetzt, das ist ein Paul... Paul Regelfrink, also ist wahrscheinlich Paul auch tot. Ja, geil! Und wir waren alle zusammen! Okay. Äh... Moment, also... Oh, Paul lebt da doch. Nehmen wir mal an, Paul ist... Paul? Dave ist Paul! Rede! Nice. Fuck! Ey, ich hab so spät 1 und 1 zusammengezählt. Ich hab das... Was wird das mal umgecamtet? Was ist das? Was ist das? Ich produziere Content erstmal am Scheiß. Was ist das? Paul... Paul... Du hast ja noch ewig weiter geredet da über die Toiletten und was weiß ich. Und dann hab ich einfach umgebracht und hat keinen interessiert. Ehm... Patrick tot? Wen interessiert das denn? Das ist genauso, als würde ich sagen, hey, ein Schwerk wurde grad irgendwie erschossen. Ich bin Detective! Oh nein, wir werden alle und... Oh Gott, nein! Er ist Detective! Wir werden alle untergehen! Wir lassen uns hier voll verstecken, okay? Ich bin bei Paul gewesen, also... Okay. Ihr wisst... Wenn... Wenn jemand reinkommt, ich erschieß ihn. Perfekt. Ich erschieß ihn mit. Und wenn sie... Und wenn sie... Und wenn sie Detective... Paul ist ne Hexe? Ja. Den Detective lassen wir rein. Oh Gott, Paul! Oh fuck! Oh fuck! Au 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 fuck! Also einer von euch, Jesus! Ich glaube, jemand hätte aufgeschossen! Könnte es der Detective gewesen sein! Hallo Patrick! Ich weiß nicht! Es war vorne! Was für ein Suizidales! Ich bin sehr froh, dass ich hier bin! Gut! Der, der als erstes hier reinkommt, wird sterben! Ja! Kann sein sein! Na? Trau dich! Aber einer von den beiden sein! Patricks Detective! Und ich bin definitiv... Mag! Mag! Du! 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 Warum bist du genau da weglaufen? Mh! Erstmal hier! Moment! Ich hab dir vertraut! Hätte jetzt Chris nicht die Kanone abgeschossen, ne? Ich hätte Max verdächtigt! Pass auf, Bruder! Da steht nur einer! Ich bin Detective! Und ich bin bei Dominik! Das heißt, wenn ich sterbe, dann ist es Dominik! Warum bin ich wieder Detective? Hey! Dominik, dreh dich um! Dreh dich um! Bin wieder hinter dir, Ticko! Äh... Dominik! Du bist bei Detective! Gefällt mir doch! Ja! Bend es! Dominik, bend es! Bring ihn um! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Benutze keine Wachaffen! Achso, Max lebt noch! Ich wollte schon sagen! Kann mir jemand sagen, wie ich von hier wegkomme? Wie bin ich hierhergekommen? Du ihn zieht! Okay! Hix, ich kann ehrlich sagen, wir gehen gebrannte Wege, weil du glaubst... Das ist immer ne Lösung! Hey, Dominik! Wo ist das mal? Mein Gott, wieso laufe ich jeweils in Max ab? Von Tari, nein! Bitte? Mein Gott, nee, schon wieder! Wer hat mit diesem Robel da? Läuft da rum? Oh, das hat keine Ahnung! Ist der die Detective! Ah! Also... Ja, ich hab grad Max gesehen... Leben noch alle? Neee... 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 Wieso fragst du? Tote halten die Fresse, ich hab dich doch gerade umgebracht! Das war auch geil! Chris ist hier! Chris ist hurt! Chris, warum bist du hurt? Ich bin einfach untergefallen! Warum? Oh! Feine Wege! Chris, bleib mal hier! Bleib mal hier! Ich bin der Detective, also... Warum bist du hurt? Moment, ich werd grad angerufen! Ich bin kurz afka! Ja! Warum bist du hurt? Ich bin runtergefallen, weil das dumm ist! Warum? Weil ich Dominik gesehen habe und es ihn erschrecken wollte, er aber in eine Errissung gegangen ist! Stimmt das doch! Das kann ich bezeugen! Ich hab nicht gesehen, wie er runtergefallen ist! Okay, Chris, Dominik hat ja auf dich geschossen, einfach mal... Oh! Hallo! Es laggt! Es laggt! Es laggt! Ich war der Stuck und ich kam halt nicht raus die ganze Zeit! Oh man! Ich bin ein... Jfk ist hier! Oh! Ich hab das gefällt, du kriegst viele Kopfschiffe! Jfk ist hier! Oh! Oh! Ich hab das gefällt, du kriegst viele Kopfschiffe! Äh, okay! Äh, Tari? So, schieß mal kurz! Sag mir das mal! Kommst du mal kurz nochmal zurück? So, Chris, gibst du mir jetzt die Erlaubnis Detective Sarge zu spielen? Kannst du mal den Raum hier aufmachen? Ähm, wir stellen uns genau da hin! Hast du? Nein, leider auch nicht! Deswegen frag ich dich hier! Komm her! Kickst du auch? Komm her! Schade! Und damit es gerecht ist, schieß ich nur noch einen Meter Glock! Stellt euch da hin! In der Reihe! Wir warten jetzt noch auf die anderen! Wo sind die? Das dauert noch ein bisschen! Hinterher! Machst rechts! Ach, nein! Ey! Irgendwer hat dich abgeschüttet! Chris ist wirklich zu regeln! Ich mag dich endlich zu werden! So, also! Ich gehört, ne? So, also! Ne? Ihr kennt die Regeln! Chris! Ich hab Penny gesagt! Okay, das ist ein gutes Argument! Ja! Komm! So! Chris! Jede einzelne Bewegung zählt! Okay? Okay! Gut! Muss ich jetzt nochmal sagen, weil es ja beim letzten Mal Probleme gab! Ähm! Ja! Ich schieß nur noch mit der Glock, damit man nicht direkt stirbt! Ähm! Man hat dann mehrere Chancen! Ist cool! Ähm! Fertig gesagt! Springt! Das war ganz knapp doch! Äh! Du hast erst so gemacht die ganze Zeit! Ich hab nur geduckt, dann hast du gesagt, Penny soll springen! Ja! Aber du sollst nix machen! Okay! Ich mach nix! Ähm! Penny sagt, duckt euch! Permanent! Lüge! Er hat was gemacht! Er hat was gemacht! Lügner! Hä? Nicken! Zählt nicht! Au! 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 Ich mein's ernst! Paddy sagt, guck mal links! Meinst du's auch Peter? Hast du gesprochen, er hab's nicht gehört! Paddy sagt links! Ah! Ich versteh das! Wir spielen mit Simon Says über Paddy Says! Dreh euch ganz nach rechts! Fucking hell! Warum musst du's kaputt machen? Alle stehen an der Wand! Der normale Runde Paddy Says! Alle gucken drauf, dass einer was macht! Und das sieht aus wie in den Filmen, wo... Eine Frau und fünf Männer! Okay! Also egal was ich werde, ich werde Dominik auf jeden Fall angreifen! Er ist beschissig! Ich bin Erinnerung! Hallo! So, wo ist Dominik? Könnte einer vielleicht kurz runter gehen und mal nachstellen, was heute passiert? Was passiert, wenn die Rakete startet? Na? 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 Apropos, weiß einer wann der Raketen startet? Passieren sie so? Nein! Hey, war der nicht schon? War der nicht schon? Okay! Oh, Dominik! Krieg Dominik! Du hast mein Puzzle Space beeinflusst! Ja! Ja! Paul, was machst du da? Ja! Geh auch hier rum! Hast du eine Pizza? Ich hab'n Loch! Na, meine Pizza dann klaut! Wenn ich auf 8RP bin! Ich bin auf 8RP, ist es Dominik! Patrick! Hä? Ich hab'n Loch hättest! Also grad am Klavier hab'n dich angeschossen! Ich hab'n dich angeschossen! Ich hab'n dir empfehlt, mal zum Arzt zu gehen! Ja, aber... Ja, vorhin hast du geschossen! Weil ich ja dein Puzzles bin! Ja, und da hab'n ich 8RP gehabt! Ja! Ja! Wie ist jetzt hier meine Pizza? Ja! Ich wurde grad angeschossen! Ja! Von mir! In der Pisten! Und was für eine Pizza ist es denn? Äh... Veganer... Ja! Das ist vegan! Wann haben wir uns nochmal getroffen? Wir haben uns gegessen! Patrick, bleib! Patrick, bleib! Ah! Oh! Na, danke! Wolltest du mir das grad in den Kopf werfen! So, dass ich sterbe! Nee! Als ob das geht! Weiß ich auch nicht! Du hast doch gesagt, Patrick, bleib! Wahrscheinlich wolltest du das probieren! Ist das schon wer tot? Nee... Warte, kannst du uns testen, warte mal kurz! Paul kommt zu uns! Dann soll ich wieder gehen? Nee, nee, kannst schon bleiben! Also das ist der Traitor-Tester, ne? Ja? Steck mich in den Knast, du Sau! Steck was ganz anderes in dir drein! Äh! Ich hab Schaden bekommen! Paul! Ich auch! Was? Hast du gerade was in der Handkerne? Ja, meine Rifle! Was soll's? Ja... Ich könnte dir so einen Header geben! Ist dem so? Also ich hab... Chris ist tot! Chris ist tot! Definitiv! Der war mit Paul unterwegs! Das hab ich gerade! Ich... Hä? Nein! Aber ich dachte ja, das war aus der... Aus... Ne, ich hab... Ne, ich hab Chris zugehört! Er hat was über seine vegane Pizza erzielt! Ja, okay! Darf ich... Kicks? Darf ich Paul erschießen? Ja, ja! Mach mal! Ich halt mich da raus! Chris... Chris war mit Paul unterwegs! Paul hat ihn erschrocken! Ey, lass mal! Ich meine, ey, der schießt ja gar nicht zurück! Okay! Ja, das ist... Ich sag's! Ich hab's doch gehört! Ja, du kannst ihn killen! Wenn du dich sicher bist, dann kill ihn! Okay, nice! Du hattest aber die Waffe! Ich hab's eben nicht genau gesehen! Ja! Siehste, Chris? Ja, ja! Man beachtet dich doch! Endless! Äh, war das genau der Moment, wo es APK war! Oh! Oh! Bitter! Bitter! Äh, dein!